hier verabschieden wir uns ich kann das nicht mehr der irrsinn muss aufhören bei all dem guten das wir tun kann ich nicht mehr nur schwarz und weiß sehen es muss auch anders gehen technologie wie diese könnte was ändern vielleicht hast du was du musst nur aufwachen so was haben wir noch nie gesehen alle systeme in der stadt militärische und zivile sind total hinüber wir haben autounfälle flugzeuge über dem himmel fallen sowie elektro und gas brände überall in der stadt das chaos dass sie hier sehen verdanken wir einem mann dem mann den wir verhaften wollen wir glauben er ist auf dem weg zum hauptquartier der koalessens corporation ist das ein terroranschlag ja dies ist ein terroranschlag und wir brauchen sie und ihre männer bevor es noch viel viel schlimmer wird dann los bist du noch da drin ich bin noch ich im krankenhaus hast du dich doch entschieden du warst immer da ich verlass dich nicht los jetzt ja und das sind wir wieder bei den schweizern sorry stehst du mir weg was ist der grund hierfür ich glaube es wird ein eigenes überleben sicher hendrix ist eine möglichkeit andere wir haben es weiß dass wir es jagen es verfolgt unsere schritte jep auf 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 mess um wo bewegung registriert nein wirklich guck mal die reine kurz ich komme ein bisschen um es ist immer ein bewegung ouch ach ne und hat ich so ich so ich so ich so ich so ich so wir müssen durch das parkhaus das koalessens hauptquartier ist gleich voraus ich bin unterwegs die linke war auch recht überall Da wo? Da wo? Ops, sorry! Ah, die Snap haben wir jetzt schon. Die Dicker rum. Großkaliber, gut. Die Kontrolle dieser Roboter wird Hendrix genauso wahnsinnig machen wie Taylor. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er sich nicht zerstört. Zack! Die Transe brauchen wir noch Munition zu sehen. Geht nicht mehr her. Oh, Mann. Sie ist so ein Blatt die Beste. Ich bin da. Wir stehen das durch. Wie Chaos. So viel Tod. Wir wussten, dass Hendrix außer Kontrolle war. Wir hätten ihn aufhalten sollen. Genau. Das werden wir, Kane. Nur das ist wichtig. Wenn wir das getan haben. Was ist denn mit dir? Ich habe gesagt, ich würde einen Weg finden. Das werde ich. Versprochen. Was? Coalescence ist direkt voraus. Ich kann es sehen, Kane. Ja, Hendrix war aber auch voll. Ein Lämpcher, ey. Die ganze Zeit heute rum. Wir sollen ihn mit Johnny nicht töten. Wir hatten sich Kontakt zu sehen. Kurz bevor er die Sicherheitsverriegelung aktiviert hat. Ich will das da mal. Das ist eine Festung. Unnehmbar. Niemand kommt rein oder raus. Das werden wir sehen. Haha. Boah. Ja, schon wieder. Ah. Uuuuh. Äh. Nix von denen. Den Jungen. Gott, was ist hier? Der auffällt, der Typ. Boah. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Da haben wir uns mit dem. Der muss uns mit dem. Der muss uns mit ennen. Dann hat er gesagt. Den Fan ist etwas zu sagen. Den Fan hat er mal bein. Da kommt er. Ja. Ja, geht doch einfach. Und... Nice to meet Ach ne Äh, ich hab das hier gewollt. So, weg mit dir, weg mit dir. Ich weiß nicht ob du mich hörst. aber wir kommen dich holen es ist nicht so spät es zu beenden er gibt es und ich sorge persönlich dass ein dass der nichts geschieht du kannst mir vertrauen ich hab da keine ängste bereits unter dem rolle fliegen wo und da war ja noch einer Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Ergibt dich und ich sorge persönlich dafür, dass dir nichts geschieht. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Achso, zielbereit unter Kontrolle. Na dann. Au. Du warst mir Abschuss bestätigt. Ich sollte nicht so viel in den Hühner gucken. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Henry, aber wir kommen dich holen. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Okay, ergrieb dich und ich sorge persönlich. Ich bin mir dafür, dass dir nichts geschieht. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Haha. Steck umsuchen! Äh, ja. Was? Beide schon weg? Oh, doch. Oh, doch. Oh. Oh, Gott. No cage data guns. Yeah. Naja... Ich hab doch gar nicht aufgedrückt! Oh Gott, was hier wieder abgeht! Boah! Ochlö, liegt du schon wieder! Wow! Boah! Auf! Ich kann schon! Lass es! Ja auch! Ich bin jetzt back! Drauf auf den Dicken! Ruf! Ja! 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 Ich komme egal, ich bin weg. Ach, der ist schon weg oder? Oh, der ist noch einer. Oh, der ist schon weg. Oh, der ist schon weg. Nein, 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 nein. Okay, der ist immer noch da. Ich komme jetzt nicht mehr weg. Der Nächste. Der ist immer noch da. Ja. Endlich. Mann, ich dachte, der geht nie mehr drauf. Oh. Es ist nicht so spät, es zu beenden. Er gibt dich und ich sorge persönlich dafür, dass dir nichts geschieht. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Oh ja, und wie. Echt jetzt. Die Drohnen kommen sogar eingefügt. Dann gehe ich halt auf die andere Seite. Es ist nicht so spät, es zu beenden. Ey. Oh. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Ergibt dich und ich sorge persönlich dafür, dass dir nichts geschieht. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Fäng da, fäng da! Position halt! Ab in Deckung! Schau! Geh kaputt! Drau schießen geht wohl schneller. Oh, das stimmt, da waren ja zwei. Geh kaputt! Oh, weiter geht's. Ow! So, jetzt aber jetzt muss ich mal den Dicken da ran Das war's, das war's, das war's Jetzt doch nicht so sicher Ey das ist nicht fair man Ne das ist echt nicht fair Nein ich muss hier wieder weg Sorry Mir geht die Munition leer Boah die sind leider zu spannend Lass mich doch da Was 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 Boah Boah das ist ja gar nicht auf Boah Ich brauche Munition Oh Gott Ist doch gut jetzt Boah Könnte die aber auch die nicht hier schießen Wäre nicht Ich hab immer so Hierbei angemerkt Ich bin schon Ich bin schon Komm schon Ey wofür kann der doch gar nicht fressen Wofür kann der doch gar nicht fressen na 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 laufen oh rein da jetzt gehst du noch bei mir kane ich bin hier